guten morgen und willkommen auf meinen kanal das sind die ersten versuche mit dem holz zu arbeiten ziel ist erstmal das gerda das holz aufnimmt sprich einfach nur in den fang rein stellenweise werde hier das holz einfach in den fang legen und dann immer bestätigen mit futter wenn euch das video gefällt würde ich mich über einen daumen nach oben freuen über einen kommentar freue ich mich natürlich auch und werde diesen auch zeitnah beantworten so nun nicht viel schnacken jetzt geht es los ich wünsche euch viel spaß ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020